Was ist die Beschlagwortung? Was ist die Beschlagwort? Dann kann man mit dem, oder sollte man eigentlich, mit dem Auftragnehmer diskutieren, in welchem Farbraum er arbeitet. Der größtmögliche ist ECI-RGB. Wenn er das nicht zustande bringt, zumindest Adobe-RGB. Alles, was darunter liegt, werden Farben beschnitten. Und ich habe einen Verlust, was im Farbverschiebungsbereich durchaus sichtbar werden kann. Perfekt.